Wie war denn das Zeug, was du dir jetzt da gekauft hast? Na, Batzen, ja, das ist ein scheiß Zeug. Was, das ging doch, weiße Bohnen. Ich wollte ja sowas gebrauchen haben. Ja, aber gut oder nicht, man sieht's doch. Na, Alter, das ist ein Bohnen geworden. Ja, ja. Jetzt war's noch eine Dauerwille. Ich geh mal als Koks. Gut an Wohl, hä? Ey, alter Gutan-Keule, ne? Ja. Pfeift er auch der Asche von dem Zeug? Na, weißt du den Arsch? Alter. Ich hab mir gestern ne Dose Kidney-Bohnen geraucht. Ja? Dose Kidney-Bohnen? Dose geraucht. Das muss ich auch noch als probieren. Ja, weil der Stoff hier einfach scheiße ist. Deswegen rauchen wir als Bohnen. Ja, rote Bohnen. Rote Bohnen. Rote mexikanische Bohnen. Rote mexikanische Bohnen, genau. Ja, die haben Feuer, ne? Ja, ja. Du hast richtige Männer. Und, wolltest du noch mal Koks haben? Na, ne, lieber nicht. Lieber Bohnen? Die Nase Brechtbohnen können wir uns machen. Na, Brechtbohnen. Ich hab da noch was mitgekommen. Sind schon klein gemacht, deswegen brechen Bohnen. Also, die... Du brauchst nur noch... Ne, kann halt sein, dass du das zu viel von der Scheiße geraucht haben? Ja, ja, ja. Ich hab dich schon. Alter, mir brennt voll der Arsch, man. Ja. Ey, ist du zu scharf, brennt dir der Arsch. Ist du noch schärfer, dann brennt's noch härter. Ja. Jungs. Ey, Butan, Alter. Mit Butan geh jetzt, Junge. Hat das geklingelt? Geh, geh mal gucken, Alter. Vielleicht wollen ein paar Bohnen von dir haben, die Jungs, ja. Das ist einfach frech. Bohnen, Alter, gehen wirklich sauer, ey. Ey, weißt du was, Alter? Wolltest du nur noch Blumen nehmen? Komm, ich geb dann noch ein bisschen an der Blumen. Buh, buh! Buh, bleib. Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! 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 Zurück die Kisse! Ja, aber das bleibt so früh wie schon. Sagt. Aaaaah! Aaaaah!